Musik Hallo Konfuzire! Ja, heute kein normales Video wie ihr es sonst von mir kennt am Sonntag, sondern nur ein News-Update. Ich bin hier nämlich voll in der Arbeit für meinen Twitch-Kanal, dass der auf die Reihe kommt, dass ihr mich da jetzt bald auch verfolgen und mir zusehen könnt. Wenn alles gut geht, dann bin ich ab Dienstag dort zu sehen, mit zwei ersten Stunden-Streams, die dann auch ein bisschen abgearbeitet werden, um dann Videos auf YouTube zu werden, also hier auf dem Kanal. Und da ich da in meinem Setup noch das ein oder andere am machen bin, kann ich euch heute kein normales Video zur Verfügung stellen, da ich, wie gesagt, das Setup vom alten Platz auf den neuen Platz bringe und da die ganzen Einstellungen vornehmen muss. Ja, ich hoffe trotzdem, dass euch das Video hier kurz und knackig gefällt und ihr mir dann mit Daumen drücken am Dienstag folgt. Sollte das nicht der Fall sein, sollte es nicht klappen, werde ich euch trotzdem informieren darüber, damit ihr da Bescheid wisst natürlich. Ansonsten, nächste Woche laufen wieder die Videos im normalen Stil und ja, eigentlich sogar noch ein bisschen mehr, weil durch das Twitch natürlich die Videos länger werden und ich die trotzdem auf eine gewisse Kürze zusammenbringen will. Ja, mir bleibt euch nur zu sagen, bleibt kreativ und tschüss! Ja, mir bleibt euch nur zu sagen!